grüß euch gott hallo grüß euch aus der weststeiermark ich bin der renne wir sind eine kleine gruppe in der nähe von graz eine slotka begeisterten sozusagen haben spät wieder die freude an diesem hobby gefunden und wie ihr seht wir haben damit das ist eine unserer bahnen wir sind da fleißig am slotten immer macht unsere riesen freiheit wir fahren karriere digital 124 das kennt kennen sicher völlig verächtet ist schon jetzt natürlich bei youtube gegoogelt überhaupt gegoogelt und gesucht haben ja es ist einfach so wir sind eine kleine runde vor kumpels wo wir uns einmal in der wochen treffen und ein bisschen an spaß haben ihr seht da unsere fahrzeug galerie verschiedenen rennklassen so wie die m1 dort zum beispiel die bmw m1 sehr gern von uns gefahren wir haben sogar doch eine kleine selbstgebaute formel 1 flotte natürlich die karriere autos dtm gt selbst bauten hier auch noch ein bisschen was wir fahren mit dem computerprogramm cockpit xp was uns sehr viele möglichkeiten gibt die rennen zu simulieren ja eigentlich macht macht einen riesen spaß und vielleicht wie gesagt schreibt es einfach vielleicht der kommentar dazu wenn euch das gefallen hat kurze intro das ist jetzt mal ein bisschen die groß zu fahren so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie auch immer, grüß euch, tschüss!